tschu tschu weiter geht's so jetzt haben wir endlich einen Lockfield gefunden und zwar ne zwar jetzt immer mit dem oh Phantom aggressiv ups der ist aggressiv der ist aggressiv das sehe ich dir mann tut oh die Mucke fett Raugläs du nein na ja die ist auch noch unsichtbar da genau dies na du musst du 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 Das war's mit dir. Phantom Hourglass und... Phantom Hourglass, ich vergesse den Spirit Tracks. Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Ah, ich meinte Spirit Tracks. Das sollte von Spirit Tracks eigentlich sein. Aber Phantom Hourglass und Spirit Tracks kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, Freunde. Nein, stopp, stopp, wohin? Knoll, stuhl. Na-la-la-la-la... Na-la-la... 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 Na-la-la-la-la... Alfangs Remix mit Zelda. Hehehe. Was? Was? Genau, was. sehr so was abwehr noch ein kleinstein hat was abwehr genau das was ist mit dem wie aggressiv der aussieht denn in der Auf, komm her. Ey, guck mal. Nein, ohne Spaß. Diese Kacke-Controller, der erkennt manchmal meine Fasten. Ich bin danach nämlich gedodged zur Seite. Oh, ich hab keine Gede Schwung gehabt. Ich hab schon gedacht, was geht dir ab. Ja, du kleiner Penner. Nein! Nein! Yes. Gewonnen! Tooling ist cool. Tooling ist cool, finde ich. Der ist richtig cool. Ich mag... Ich liebe Link. Aus vielen wird man klug, wie dein Leinbeschäber. Genau das. So, amal hier bitte. Smile. Dann hier. Und? Was ist das? Oh, 5000 Stones. Genau das. Felix, was bist denn du? Felix, wer bist denn du? Ich kenne dich. Aber komm mal ran, Felix. Science Music. Oh. Felix, was ist denn los? Was ist denn los, Felix? Okay. Kat und Anna. Bereit? Los! Los! Weingler. Wir sind los! Nein. 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 Du gehst nicht mit mir! Wieso? Nee! Cooler Ulti, rein mit dir, raus mit dir, rein mit dir und dann wieder raus mit dir. Ja, ihr fühlt mich? Ah, ich geh nur, das ist es... Schick! Schick hab ich selber in die Schicksal. So, hallo Dojo, genau dann, ciao. Wir sind auch, Mann. Oh. Komm. Komm. Kamuflaje. Oh. Komm. 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 Oh Haha, you know this, the shield is Oh Oh man, that's so flink That's incredible Oh 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 You Oh 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 Die wissen wahrscheinlich schon, was sie spammen, oder? Die wissen schon, was sie spammen werden. Oh, der hat's aufgehoben. Was? Oh, der hat's aufgehoben. Ich bin so froh, dass ich endlich Tunic hab. Ich bin so froh, verdammt man. Jetzt können wir smashen. Smash! Okay. 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 Äh. Lol. Lol. Okay. Aber da können wir doch nicht mal durch. Nee, ist doch falsch, doch falsch. Moment, Moment. Ah, okay, ich kann einfach... Ja... Sehr gut. Mauser. Keiner kennt... Ah, doch! Oh, der war krank damals. Oh, die Musik ist von dem! Ja, stimmt! Guck mal, wie das gerade schützt. Der hat mir eine Bombe. Was ist denn eine Bombe? Oh, du, du. Oh, du, du. Loil! Haha... Mauser! Keiner weiß. Spielreihe-Bonus gibt's von den Geistern. Wenn die Geistern von der... also... wenn die Charakter ab... und den Geistern von der selben Spielreihe, dann gibts den Bonus. Genau. ja warte mann und dann gehe ich da hoch ja wow so legit da kann ich doch ich naja was sonst wie geil er aussieht woher ist das fossil fighters karriere wie geil er aussieht was und meine kummer gegen wir alles kämpfen eskalation gegen die rechen wache ja 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 Aua! Oh leid, komm an die Leine, Bose, Junge. Das sah richtig cool aus. Ohhhh, genau das. Oh lol, überall ist Elektro-Bohnen. Hätt sich das gewusst. Ja ok, die Leine geht dann wieder aus. Denkst du? Boom! Wie die? Gruppe ändern, ich hab eh die Gruppe ändern. Ok, alles gut. Nein, nein, nein. Bereit? Los! Niederlage, fortsetzen! Gruppe Endoro, Niño, Bidelo. Und... Wer hat mir da freigeschaltet, was ich schauen wollte wegen dem K.O.-Dings? Wer? Löst beim Besiegen von Gegnern starke Heilung aus? Ah ok, wenn ich Gegner besiege. Or an... ... ... ... ... ... ... Oh nein, ist das nicht. Das habe ich damals so oft gemacht, dass ich mich selbst ausgekickt habe und dann ist es schwer, aber es ist mir abzugewohnen. Das kann man auch leicht prädikten, wenn Link unten unter A macht. Wenn er in der Luft ist oder an sich gerade D, wenn die in der Luft sind, die so ein runter A, sowas haben, das kann man übertrieben leicht prädikten. Das sollte man eigentlich nicht allzu häufig einsetzen. Jetzt sag mal, dieser Chrome wird es wissen. Chrome soll an sich auch richtig gut sein. Ich schausbe mich genau an. Oh stoisch? Sachen machen lange weg? Ah der wird. Ich trüber zu Hause threadieren. Dass ich die Schению vielleicht tr thinner aus пор Informieren fragen. Nein, da ist es soº. Ich habe den Kit auf Aussage gedrückt, man ich hasse sowas, ganz ehrlich. Ich hasse sowas, vielleicht soll ich mal mit dem Kabel spielen, weil es kann sein, dass da vielleicht ein Input-Lag ist, keiner weiß. Die Schaden den so nicht schwer gemacht, unglaublich. Ich habe die Schaden. Ich habe die Schaden. Lass uns das mal wiederholen. Das war's für heute. sehr schön ok ok cool 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 auf jeden fall jetzt gehen wir einfach mal hier hoch cool 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 Oh oh, Rage. kurz rausgekickt rückwärts seite tor von charnel ok war jetzt auch weiter was man kann mir so schnell wie ich da oben zu vielleicht über diesen bitte aber das ist ganz anders wir müssen wahrscheinlich von donnern naja das ist natürlich im nächsten part machen freunde lasst uns diesen geist noch besiegen gott man und dann aber schluss also ausmacht Oh oh, was ist das? Wo ist das? Hm, raus mit dir. Gott, man. Okay. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, soviel zu diesem Part. Ich hoffe, es geht alle. Und ganz was orientieren, was sie abgeht. Und dann sind wir quasi eigentlich hier. Nächstes Part machen wir eigentlich von hier weiter. Ich hoffe, wir kommen dann auch hoch. Also nicht, dass das Feuer irgendwas ausmacht oder so. Zudem da. Schau, wir sind schon richtig gut unterwegs. Wir sind richtig gut unterwegs, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.